Musik Ich habe mit Wolfgang Klement eine ziemlich genau 35 Jahre lang andauernde Freundschaft mit viel Auf und Ab. Ich habe mich schlafen gelegt, er hat nochmal anderthalb Stunden Akten gemacht, bis ungefähr 2 Uhr. Er ist dann um 6 Uhr aufgestanden, um ungefähr 5 bis 10 Kilometer zu joggen. Ich habe nie einen Mann kennengelernt, der ein geringeres Schlafbedürfnis hatte als Wolfgang Klement. Und nie einen Mann kennengelernt, der bis jetzt 2 Uhr alte eine bessere Kondition hatte als er. Lieber Herr Wolf, lieber Herr Fellengar, lassen Sie mich herzlichen Dank sagen, dass wir heute mit diesem Symposium auch noch einmal an einen Mann denken, der den Mut gehabt hat, ja wie hätte man das im Ruhrgebiet gesagt, einfach regelmäßig gegen den Strich zu bürsten. Genau das aber macht doch, meine Damen und Herren, unsere demokratische Ordnung aus. Er war der einzige Bundeswirtschaftsminister in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der auch für die Arbeitsmarktpolitik zuständig war. Wir können nicht sagen, jetzt ist eine Phase der Krisen so allmählich hinter uns, schon weil wir müde der Krisen werden. Was uns jetzt in der Zeitenwende fehlt, wir brauchen eine Diskussion über soziokulturelle, über gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Meine Damen und Herren, der Stresstest der Demokratie, der steht bevor. An dieser Stelle sollten wir uns fragen, was würde Wolfgang Klement vorschlagen, wenn er noch unter uns wäre. Was würde er zu den Folgen der Krisen wie der hohen Inflation sagen und mit welchem Instrument würde er sie bekämpfen. Wenn Sie Kanzler werden sollten, 2025. Meinen Sie jetzt mich oder Herrn Neher? Nein, ich. Aber unbenommen sehe ich auf einer Reihe von Feldern in der Tat einen sehr umfassenden Reformbedarf. Und jetzt kann ich noch einen Satz hinzufügen. Wie weit kann man eigentlich Wahlen mit anspruchsvollen Reformen gewinnen? Die Frage habe ich für mich persönlich auch noch nicht zu Ende beantwortet. Transformation ist eine große Herausforderung, aber es muss eine gewisse Skepsis erlaubt sein, auf welchem Wege wir diese Transformation organisieren. Wolfgang Klement würde gewiss zustimmen, wenn ich sage, wir müssen eine Transformation organisieren. Was sich aber nicht transformieren darf, ist der Charakter der sozialen Marktwirtschaft. Wolfgang Klement, er fehlt. Vielen Dank. Wolfgang Klement.